Zwangsvollstreckung, Sofortlösungen mit Geling-Garantie. Zwangsvollstreckung und Bildschirm, das gehört in Deutschland schon seit längerem irgendwie zusammen. Denken Sie nur mal an die vielen Sozialgaffer-Doku-Serien, vorwiegend von den Unterschichtensender RTL und Co. Dort spielen Sie Gerichtsvollzieher gerne auf die Guten auf, während die Schuldner immer als dämliche, bedauernswerte und perspektivlose arme Schweine abgestempelt werden. Höchste Zeit also, das Thema Zwangsvollstreckung einmal ganz anders auf Ihren Bildschirm darzustellen. In der Web-TV-Reihe Zwangsvollstreckungstv sind endlich mal die Schuldner die heimlichen Stars. Nicht, dass das Schuldenmachen hier glorifiziert wird. Aber unsere Wirtschaft ist von A bis Z darauf angelegt, dass sich möglichst viele Menschen verschulden, zum Beispiel bei Banken, Versandhändlern, Autohäusern etc. pp. Also muss auch damit gerechnet werden, dass man angesichts von Arbeitslosigkeit oder anderen Schicksalsschlägen ihre finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Damit diese Menschen durch gegen Sie angesetzte Zwangsvollstreckung nicht völlig unter die Räder kommen, dafür ist Zwangsvollstreckungstv an den Start gegangen. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um sich effektiv gegen sämtliche Phasen der Zwangsvollstreckung zuverlässig und gewissermaßen mit Gelingengarantie zu Wert zu setzen. Was tun, wenn der Gerichtsvollzieher oder die Gerichtsvollzieherin vor der Tür steht? Auf diese essentielle Frage gibt es hier ebenso eine schnelle und zuverlässige Antwort wie angesichts des Problems, dass Gläubiger Pfändungsversuche gegen Einkommen, Lohn und das Girokonto in die Wege leihen. Zwangsvollstreckungstv kann gegen eine moderate Einmalzahlung komplett und ohne Zeitlimit angeschaut werden. Sie können sich jede Folge so oft ansehen, wie Sie wollen. Und Sie können natürlich auch Passagen, die Sie besonders interessieren, mit wenigen Mausklicks immer und immer wieder abspielen. Zwangsvollstreckungstv. Hier wird der Spieß einmal umgedreht und der Schuldner zum Helden. Und das ist wirklich einmalig in Deutschland. Kostenlose Informationen finden Sie auf der www.erfolgsunline.de Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher.